Hallo und herzlich willkommen zum siebten Teil des HTML und CSS Tutorials für Anfänger für Ponyutorials.de. Mein Name ist Dennis Ponyuta und in diesem Tutorial geht es um Tabellen. Dazu brauchen wir folgenden Doppel-Tag oder Doppel-Tag und zwar Table. Und Table kommt aus dem Englischen und bedeutet Tabelle. Wozu sind Tabellen gut? Gut, also Tabellen sind meistens dafür da, dass man etwas geordneter darstellen kann, etwas einfach übersichtlicher darstellen kann und gewisse Zusammenhänge leichter verdeutlichen kann. Am besten erstellen wir einfach mal eine Tabelle und schauen uns an, wie das aussieht. Also, wenn wir eine Tabelle erstellen, brauchen wir ein Doppel-Tag-Table, den wir natürlich auch wieder schließen müssen. Am besten ist es so, wenn wir etwas haben, was etwas umfangreicher ist, also einen Tag, in den jede Menge andere Tags reinkommen, dann macht es Sinn, dass man zuerst einmal den Start-Doppel-Tag startet, also erzeugt hier und dann auch gleich wieder schließt und dazwischen dann eben den Inhalt einfügt und nicht erst den Inhalt alles einfügt und dann das Table-Schließ-Tag erzeugt, weil es durchaus vorkommen kann, dass man mal vergisst, das zu schließen und dann funktioniert der ganze Code nicht und man wundert sich, woran es liegt und muss erst mal suchen. Ich meine, bei einer so kleinen Seite ist es natürlich nicht so schwer zu finden, aber wenn man jetzt ganz aufwendige, große, umfangreiche Inhalte hat, dann sieht das schon etwas anders aus. Also erzeugen wir mal eine Tabelle. Innerhalb dieser Tabelle, also Table, brauchen wir weitere Tags und dazu müssen wir als erstes einmal eine Reihe erstellen. Es läuft so ab, dass wir eben eine Reihe erstellen und innerhalb dieser Tabellenreihe erzeugen wir Tabellenspalten. Also fangen wir mal an und erzeugen eine Tabellenreihe mit TR. Ihr könnt es einfach merken als TR, Tabellenreihe. Also es kommt aus dem Englischen und heißt Table-Row. Dann innerhalb dieser Table-Row brauchen wir, also die schließen wir am besten erst mal, Table-Row. Und innerhalb dieser Table-Row brauchen wir erst einmal drei Spalten. Und diese drei Spalten sollen alle drei Header sein, denn wir möchten eine Überschrift haben jeweils, die eben eine Überkategorie ist. Also erzeugen wir hier mal einen Table-Header, der zum Beispiel Sprache heißt. Dann schließen wir diesen Table-Header und kopieren das Ganze jetzt mal und kopieren das jetzt mal, kopieren und fügen das jetzt mal dreimal ein. Und jetzt ersetzen wir hier Sprache durch Land und Leute. Und dann brauchen wir eine neue Reihe, denn in der obersten Reihe haben wir eben diese Überschriften, dann in der folgenden Reihe haben wir die Daten. Also erstellen wir nochmal eine Table-Row und schließen diese auch wieder und fügen innerhalb dieser Table-Row unsere Table-Data ein. Also sprich unsere Tabelleninhalte. Und da füge ich jetzt mal Spanien ein, beziehungsweise Spanisch. 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 Schließe das wieder, TD. Kopiere auch das jetzt einfach und füge es dreimal ein. Jetzt ersetze ich hier Spanisch das Land mit Spanien und die Leute mit Spanier. Und da wir nicht nur Spanier nehmen und Spanisch nehmen, nehmen wir das Ganze hier nochmal, also kopieren diese Table-Row und fügen sie hier nochmal ein und geben hier einfach ein anderes Land ein. Und natürlich ist auch die Sprache groß. Also jetzt speichere ich das jetzt mal und aktualisiere hier und wir sehen, wir haben hier eine Tabelle erzeugt, indem wir hier eine Überschrift haben für diese Spalte, auch hier haben wir eine Überschrift für die Spalte. Und das sieht jetzt alles noch nicht so gut aus, weil hier die Sachen ein bisschen verschoben sind. Jetzt können wir hier einen Rand erzeugen, sprich ein Gitter drüberfahren, dass das Ganze noch etwas übersichtlicher wird. Und das tun wir, indem wir hier in Table, ich zoome mal ein bisschen ran, indem wir hier in Table einen Border, also sprich eine Grenze einbauen. Also ich mache hier mal eins rein. Damit sage ich, ich möchte einen Border, sprich eine Grenze, also einfach einen Strich haben, der einen Pixel dick ist. Also ich speichere jetzt mal und dann aktualisiere ich und wir sehen hier, dass die Dicke von einem Pixel um die einzelnen Elemente eingefügt wurde. Und damit hätten wir auch schon gelernt, wie man eine Tabelle erzeugt und wie man diese Tabelle noch besser übersichtlich gestaltet, indem man hier ein Gitter überlegt. Im nächsten Tutorial werden wir noch mehr zu Tabellen lernen und noch ein paar Details, wie wir das Ganze noch besser darstellen können, lernen. Also schaut es euch an, abonniert meinen Channel, besucht die Homepage und bis zum nächsten Tutorial. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal!